Servus Leute, heute habe ich einen Scaf Raid für euch auf Shoreline, der ist schon ein paar Tage her, den habe ich gespielt als noch das Event im Reserva, haben da alle Bosse unterwegs und wie das halt so ist als Scaf, hat man da hin und wieder Situationen, die sich über das VoIP ergeben, die man als PMC nicht hätte und es war einer dieser Raids, also nicht unbedingt so PvP-lastig, aber trotzdem sehr unterhaltsam, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, schaut's euch an, ich bin übrigens dazu täglich live auf twitch.tv.au, da würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo machen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video, jetzt viel Spaß. Macht echt Spaß, für euch zu streamen im Moment. Ich gönne mir ein Feierabendbierchen, habe ich beschlossen. Das ist ein POC, ne? Das ist ein POC, ne? Das ist ein POC. Gibt's hier ein POC-Extract? Oh shit. Jetzt mal nach vorfragen. Hello, what are you up to? Are you alright, mate? So... Smuggler's Path, who is this? Yo, dude. I'm sorry that I shot you. Did you heal? You wanna talk? We could extract together. Hello. Hello? 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 Yo, dude, you alright? I'm sorry Okay, good Wanna go for the Co-op Extract? You're questing here, right? You're not that geared You wanna go Resort? Alright Let's do it I have trust, okay? I go first I can be your bait I will Resort again, okay, okay Ah, I don't have a splint I'm sorry My bad My finger slipped Go take out your gun, dude You're gonna need to fight Alright, scav bosses are friendly to me So I can tell you where they are If you want Wait a second I have a look for you They are looted Watch Wait a second I heard Carbone Haha, er ist auf jeden Fall Anfänger Yo, man There's everything looted in there Nothing in there I checked Oh god Er ist richtig Oh god Ich krieg ja die Krise bei sowas Oh oh Come here, come here, come here You okay? Yes Over here BMC? Alright Come with me Come with me There's a better weapon for you I saw one Come here Here, here, here Take this Okay, okay Damit lässt sich arbeiten Blaschett Shit Was hat er hier? Oh, das sieht gut aus Ich habe einen neuen Freund, Leute Jawohl Alright Looking good Dude Dude That's one coming That's one coming best wild oops Schaby What a o Yo Are you scared? I'm friendly We're good Pretty Die ? carbine bone Oh shit, ich muss meinen PMC-Buddy beschützen. Ich hoffe, er schießt. Er kennt überhaupt nichts. Er checkt überhaupt nicht, dass... Ah, und tut, korоче, Dukan, mein Buhal, точно. Hallo? Er kennt gar nichts. Ja, er ist f***. Ja, du bist hier. Komm her, komm her. This guy is in... Dude, you gotta shoot other skeffs than me, alright? You got this? Take everything this guy had, I shot him for you. And check the name. I just need some bandage. Wait a second. On the dog tag. Wait a second. Look at me. Dude. Hey, Kassli, sie zippieren mich. Der spielt das erste Bar. Ja, wir bringen ihn auf jeden Fall hier raus. Wir müssen hier weg. Das ist für sicher. Okay. Der ist auf jeden Fall so ein Anfänger, das ist unglaublich. Er ist im vollen Loot-Fieber. Im absoluten Loot-Fieber. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber er ist im vollen Loot-Fieber. Einfach komplettes Gottvertrauen. Yo, dude. Alright. Let's go. I lead the way. We go to the lighthouse. Ein neuer Freund. Ist das nicht schön? Yo, dude. Before we leave. Come here. Come here. On the lower right corner, you're gonna see my name, alright? Did you see it? Greet me, greet me. Do the greeting. Do the greeting like I do, and I can see your name. Uh-oh. Ah, whatever. Let's go. Let's go. Ich habe da hinten auch irgendwo einen Exit, oder? Smegless Path, Ruined Road, Old Bunker. Haben wir ihm doch ein bisschen Gier geschossen, oder? Ist doch nett. Er hat aber... Ganz ehrlich. Eine Ruhe beim Looten, das kannst du dir nicht vorstellen. You gotta stand still for a sec. So your stamina goes back, yeah. Oh. Der ist kein Anfänger. Er macht die Raupe. Das hier los war, das ist gut, ne? We do it that way, dude. I don't have anything in the backpack. You can drop your backpack, then I carry the backpack, and then you can run. Let's go. That's empty. Das schön den Loot zum Ausgang tragen. Heute gibt's das volle Programm. Und das ohne VoIP. Nice. Ich will eigentlich wissen, welches Level er hat. Schaut, maybe he's gas here. We gotta shoot him. He's here. I'll help you a little. Scaf Karma. Das sah mir jetzt so unsicher aus. Also das sah mir eigentlich nach... Ai, 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 ai. Hold on. Gute Nacht, man sieht sich. Hm. 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 It's here on the right. Wait a second. We switch backpacks again. I don't need my backpack. It's empty anyway. Alright, dude. You can come to the German Twitch section. Outsider. Come say hi with a C and a 1. If you feel like it. That was a great raid. Not gonna lie. Okay. 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 I don't know what's going on here. It's on more on the right. Here, right side. Right side is extra. Farewell, my friend. Have a good one. Ah, Wolpen ist schön. Wolpen ist schön. Nice. Ich geh aber auch raus hier. Also wenn das nicht gut fürs Karma ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also ich hoffe, unser Freund schaut mal im Chat vorbei. Ich würde ja gerne mal wissen, wie lange er schon Tag aus spielt. Das würde mich wirklich interessieren. War eine gute Kommunikation. Mach mal hallo YouTube. Auf geht's. Eine Weltkugel vom Namen. Er ist Emissary, glaube ich. Eins von den beiden. Blau ist Developer. Wen habe ich erschossen? Einen Level. Was war der für ein... Ach so, sieht man nicht, ne? Na gut. Das war's. Das war's. выпelt. Bis zum nächsten Mal.